Du willst auch Geld verdienen, so wie dein Lieblings-YouTuber? Du willst auch so viele Klicks haben, wie dein Lieblings-YouTuber? Du willst auch so Fame sein, wie deine Lieblings-YouTuber? Dann bist du bei diesem Video genau richtig. Schritt 1. Die Kamera Damit du überhaupt aufnehmen kannst, brauchst du natürlich erstmal eine Kamera. Dabei musst du auf die höchstmögliche Qualität achten, die du anbieten kannst. Dabei reicht auch schon eins deiner Hightech-Gadgets, die bei dir zu Hause rumliegen. Schritt 2. Das Thema Wenn du jetzt drehfertig bist, überlege dir, welche Art von Videos am besten zu dir passt und welche auf YouTube zu am meisten Fame führt. Dabei kannst du dich auch von deinen Lieblings-YouTubern inspirieren lassen. Schritt 3. Das Drehen Nun drehst du dein Video ganz nach deinen Wünschen. Ja, hallo! Könnt ihr mich sehen? Herzlich willkommen zu diesem ersten Video. Auf meinem Kanal wird es und so Videos aus meinem Leben. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert mich. Schritt 4. Das Schneiden Um dein Video nun so professionell wie möglich auszählen zu lassen, musst du es nur noch schneiden. Schritt 5. Promo Bevor du jetzt dein Video hochlädst, musst du erstmal auf dich aufmerksam machen. Du gehst am besten auf die bekanntesten YouTube-Kanäle, die du kennst und schreibst etwas Netztes in die Kommentare, wohinter du dann Werbung für deinen Kanal packst. Raffiniert, nicht wahr? Schritt 6. Der Fame Wenn du jetzt die Schritte genau befolgt hast, wirst du schon in wenigen Tagen ein vielgeklickter, reicher, bekannter YouTuber. Viel Spaß beim Nachmachen! Ja, hallo! Hallo, könnt ihr mich sehen? Hallo! Herzlich willkommen zu diesem ersten Video. Auf meinem Kanal gibt es Vlogs und so Videos aus meinem Leben. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert mich. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ihr seid die coolsten. Abonnieren, favorisieren, Daumen nach oben. Bald kommt auch mein eigenes Produkt raus. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020